Ein Koffer Wörter Gereimtes und Ungereimtes Lippenbalsam birgt für Wunde junge Hunde frohe Kunde Mit La Bello fettet Cassabello seine Kette besser Hi, Matthias hier. War eine lange Woche, nicht wahr? Apropos wahr, he he. Ich war heute einkaufen, so richtig draußen und mit einer übel riechenden FFP7-Maske, die die Viren schon mit ihrem Gestank töten soll, schätze ich. Ich sah aus wie Hannibal Lecter, nur kannibaliger, weil ich eh sowas Raubtierhaftes an mir habe, wenn ich mich auf meine Streifzüge durch dieser Wannen des Rewe begebe. Es war ein trauriger Einkauf, weil es keinen in Plastikschläuche verpackten Hipster-Sauerteig von Seitenbacher für 1,50 gab Und jetzt werde ich die zum Sauerteig ansetzen notwendige Mehlportion im Wert von 10 Cent wohl selbst sauer werden lassen und muss die freigewordenen 1,40 bei Amazon für Kabel ausgeben. Dennoch war der Einkauf insgesamt wieder einmal Höhepunkt meines Tages, denn ansonsten habe ich Nein, nein, stopp! Es gibt tolle Neuigkeiten, die Sonne, also unsere, hat Geschwister. Habe ich heute in einem Astronomie-Podcast gehört und eigentlich wusste ich das auch schon mal, hatte es aber schon wieder vergessen. Ich bin mit diesem Verwandtschaftsscheiß sowieso echt mies und spätestens bei den Cousinen und Cousins der Eltern geht meine Aufmerksamkeitsspanne gegen Null. Ich schätze, das wäre anders, gäbe es Celebrities oder Bonzen im weiteren Umfeld meines Genpools, gibt's aber nicht. Eine Sarg- und eine Küchenmanufaktur, mehr gibt's da nicht. Und in Ostwestfalen eine Küchenfabrik zu haben, ist in etwa so ungewöhnlich wie eine Warze am Fuß. Aber ich war ja bei der Sonne. Die hat Geschwister, ganz in echt, nur dass die alle abgehauen sind, beziehungsweise wahrscheinlich eher die Sonne von ihnen abgehauen ist, als die Eltern explodiert sind und es Streit um die Hollywood-Schaukel gab. Ich finde das eine sehr poetische Vorstellung, Sternengeschwister. Leider werde ich nie ein Reim-Dingsi daraus machen können, wegen Kitsch-Alarm. Ich bin da sehr empfindlich, weil ich durchaus empfänglich für Kitsch bin und mir darum 73 Warnlampen gegen Kitsch zugelegt habe, die alle schon immer ganz zittrig werden, wenn ich mal wieder über das böse L-Wort Reim-Dingse. Und darum, ihr lieben Koffer, geht's im nächsten Reim-Dingsi auch nicht um L-Punkt, sondern um Ameisen und Pferde. Und keine Sorge, die nicht-jugendfreien Szenen habe ich rausgestrichen. Apple und so, Mama. Winter 21 Mit der Sonne kommen die Ameisen. Auf der Allee schreiten sie zu Hunderten Versäumtes ab in ein-, zwei-, dreier-Kombipacks. Sie trippeln, stelzen, trampeln hier zur Kommunikation mit außen. Hallo, ich bin's nur und draußen. Trau mich, weil ich brav die Antidepressiva-Blutdruck-Herztabletten nehme, die man mir da neulich mit dem Zoom verschrieben hatte. Schau, die alte Matte weg und Haare sind doch schön, nur länger, so wie früher mit dem Parka, als ich noch den SPD-Anhänger. Und ein Polizeipferd kontrolliert im Abzählreim. Sie dürfen eh ne mene hier in dieser Form nicht sein. Sie müssten bitte dreierpaschig auf den Wegen zuckeln, denn die tiefe Freundschaft ist dem Biest egal. Es lebt davon. Und statt zu buckeln, klumpt der Haufen sich und Steuerzahler weisen auf den Umstand ihrer Leistungsfähigkeit. Und habe ich ja noch nie erlebt, du liebe Zeit. Ein bisschen abseits wird ganz klassisch. Kokain gewechselt unter müden Pferde blicken. Regenwolken wölken rücken, doch dem Polizeipferd gegenüber streiten heitere Prinzipienreiter und ein Woodstock-Schauer wird gepriesen weiter vorne auf den Wiesen von den Horden. Die Stadt in den Bau zum Stehcafé am Kiosk pilgern und den Überdruss mit milden Cappuccino-Morden. Heute war doch schön und alle toll an einem Strang und nur ein Pferd steht traurig in den Ställen, hustet bang, sein Pferdebellen froh, den Ameisen entkommen und dem Heu zu sein und Menschen, oder? Abends noch ein Gläschen Wein. Ich weiß, du schaust schon wieder traurig auf dein Podcast-Empfangsgerät und haderst mit der nur noch kurzen verbleibenden Zeit, bis auch diese Folge des Kofferwörter-Podcasts und damit auch eine weitere Woche sich dem Ende neigt. Aber die Wahrheit ist, ich muss jetzt erstmal ein Wochenende Netflix, Disney, Shizzle Plus und Amazon Prime durchgucken, um sowas ähnliches wie Leben zu erfahren, über das ich dann fünf Tage lang reimdingsen kann. Vielleicht verticke ich auch nochmal was auf Ebay-Kleinanzeigen. Da steckt ja doch immer einiges an Echtmensch-Interaktion drin und die ist zwar furchtbar schlimm, aber eben auch der Stoff, aus dem die Reimdingsis sind. Hier liegen ja noch ein paar alte Kabel herum. Ich sag euch dann Bescheid. Tschüss! Schorsch zerdrosch im Zorn die Swatch, die Tschechow trug, als er erlosch die Fälschung flog flugs auf, als Schorsch das Swatch-Zertifikat erforscht. Musik 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 Vielen Dank.